Soll ich da noch drauf sagen? Aber ist egal. Liebe Genossinnen und Genossen, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Presse, ich stelle mich ganz kurz vor, wobei die meisten kennen mich. Stefan Schmeink, Hochholter, seit zehn Jahren Stadtverordneter, noch längere Zeit Vorsitzender im Ortsverein, zunächst Mitte, nun mehr Mitte Nordost, wobei in dem Bereich muss ich gleich noch mit einem Genossen sprechen. Stadtverbandsvorsitzender, kurze Zeit, kommissarisch in der schweren Zeit, ihr könnt euch alle an die Hassmails vor zwei Jahren erinnern und war eine schwere Zeit. Ich glaube, die haben wir gemeistert in der Zeit, weil wir sind schon unter die Gürtellinie. Geboren bin ich 1963, leider nicht in Bochol, ging damals nicht, die Hebammenstation war in Rede, also bin ich nicht ganz immer nur Bocholter gewesen, aber als ich dann zu Hause war, seitdem bin ich waschechter Bocholter und ja, das wissen auch die meisten. Liebe Genossinnen und Genossen, wir wollen wieder den nächsten Bürgermeister stellen und ich denke, darüber sind wir uns hier heute alle einig. Wir Sozialdemokraten haben viele Ideen und Visionen für unser Bocholter. Jetzt habe ich gerade natürlich so viel gehört, welches sich dann auch widerspiegelt bei mir. In der Ausführlichkeit werde ich das dann wahrscheinlich nicht so machen, aber die Themen, die Peter und auch Martin schon gesagt haben, die berühren uns Sozialdemokraten. Und da werden wir mit einem gemeinsamen Papier nachher auch sicherlich in kernigen Aussagen unser Wahlprogramm machen. In präzisen, kernigen, kurzen Aussagen. So stelle ich mir das vor. Es geht nun darum, wie gehen wir die Kommunalwahl an, was sind unsere Prioritäten und wer steht in erster Reihe als euer Bürgermeisterkandidat. Alle, und da meine ich, alle Parteien aus dem aktuellen Rat wollen das Beste für Bocholt. Jedoch gibt es die verschiedensten Sichtweisen. Für mich und auch für uns steht zum Beispiel oben an, wie schon gehört, der soziale Wohnungsbau. Wir müssen endlich für mehr Wohnraum und gutes Wohnen am Existenzminimum sorgen. Darüber sind wir uns alle klar. Und das Thema ist auch nicht neu. Wir reden darüber seit Jahren. Aber mit Reden und Diskutieren allein kommen wir da nicht weiter. Nur müssen wir endlich handeln. Und die ersten Schritte sind gemacht. Aber gerade auf dem Fach reden wir viel und bitte, bitte, egal wie wir jetzt in dem Wahlkampf gehen, das darf nicht nur ein Wahlkampf-Kernthema sein. Wenn, dann müssen wir anpacken. Und auch in dieser Legislaturperiode schon. Im Bereich der Schulen und Kitas, ja klar, da sind wir Sozialdemokraten jahrelang schon wirklich sehr, sehr gut aktiv in Bocholt und ist auch vieles von uns geprägt. Sicherlich auch dank unseres Einsatzes in den letzten Jahren sind hier viele tolle Sachen entstanden. Hier gilt es, nicht nachlassen, sondern ständig Optimierung erreichen. Sudawick ist zum Beispiel jetzt ein aktuelles Beispiel, wo die Sudawicker sich darauf verlassen können, dass wir hinter dem Projekt Kindergarten da stehen und uns auch kümmern. Das Mobilitätskonzept für Bocholt ist ja auch sehr umfangreich, wird erstellt. Auszüge dazu gibt es schon. Und dank uns gibt es ja schon einen kleinen Vorschritt. Wir haben das Pilotprojekt auf den Weg gebracht, der freien Fahrten am Samstag mit unserem Stadtbus. Wie ihr wisst, beginnt es erst im November. Zunächst für ein Jahr. Das ist ein guter Anfang. Und auch da, denke ich, werden wir darüber hinaus sicherlich Erfolg haben. Und ist auch für mich eine Priorität mit. Eine Bahnverbindung nach Münster hat für mich nicht nur Scham, sondern wäre für mich zwingend notwendig. Auch da sollten wir und werde ich, wenn ich denn Bürgermeister werden darf, alles versetzen, weil für mich ist das ein ganz wichtiges, dass wir die Bahntrasse nach Münster wieder aktivieren. Bezüglich des Mobilitätskonzept hat sich unser Stadtverband bereits viele Gedanken gemacht und wir sind da sehr, sehr aktiv. Und ich muss sagen, wir haben, und ihr habt es da gehört, sehr, sehr ausführlich, wir haben sehr, sehr gute Ideen für Bocholt. Auch in der Begleitung wichtiger Projekte, wie zum Beispiel Kuba-I-Lernwerk, Innenstadt, Nordringen, Brauhaus und, 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 und. Ja, da müssen wir unser Profil reinbringen. Klar, deutlich, einfach. Im Bereich der Innenstadt müssen wir was umsetzen. Ist auch bekannt. Wir dürfen jetzt nichts so tun, als wenn wir keine schöne Innenstadt haben. Wir haben Punkte, die müssen tatsächlich verbessert werden. Viele gute Ideen kommen dort schon zusammen. Die Innenstadt muss ein Erlebnis sein. Für Bocholter und für Gäste. Für mich hat hier, und bitte nicht falsch verstehe, die Gastronomie einen enormen Stellenwert. Mit Gastronomie meine ich Restaurants, Cafés, Kneipen, Eisdienlen und alles, was dazu gehört. Der Besuch einer Innenstadt schränkt sich nicht mehr aufs reine Einkaufen. Shoppen, Dienstleistungen und Kulinarisches ist das Erlebnis in der Innenstadt und das muss für Jung und Alt geschaffen und gefördert werden. Aufgrund der begrenzten Redezeit kann ich hier nicht näher auf alle Themen eingehen. Ihr wollt schließlich noch wissen, warum ich euer Bürgermeisterkandidat werden möchte. Doch eins wollte ich noch erwähnen. Dass mir der Sport sowohl als Vorsitzender eines Vereins sowie in der Politik sehr am Herzen liegt, ist bekannt. Bocholt hat in den letzten Jahren mit großer Unterstützung unserer Partei vieles für den Sport getan. Das muss und wird so bleiben. Schließlich sind hier viele Ehrenämter aktiv. Ehrenämter genießen meinen größten Respekt in allen Bereichen. Das, was wir Gutes für Bocholt wollen und in unser Wahlprogramm schreiben, müssen wir gemeinsam machen. Zeigner, klar und verständlich. Wir stellen seit 2004 den Bürgermeister. Bocholt war seinerzeit satt von einem, in Anführungsstrichen, hochqualifizierten Verwaltungsmann, Anführungsstriche geschlossen, der offensichtlich sehr wenig Gefühl und Respekt für die Bürger hatte, weiter angeführt zu werden. Mit seiner Bürgernähe hat es Peter Nebelow geschafft, diesen Bürgermeister abzulösen. Und zwei weitere Wahlen für sich entscheiden zu können. Hey, liebe Genossen und Genossen, Peter macht einen guten Job. Noch heute wird ihm häufig vorgeworfen, hauptsächlich gestreut über politische Gegner oder auch vereinzelte Presseberichte, Pressekommentare. Er ist kein Verwaltungsmensch. Oder er hat seine Verwaltung nicht im Griff. In Gesprächen mit vielen Beschäftigten unserer Stadt höre ich überwiegend heraus, er ist ein guter Chef. Ihm wird vorgeworfen, er sei zu lieb. Hallo, was ist falsch daran, lieb zu sein? Wenn ein Mensch, ein Bürgermeister lieb ist, was ist falsch daran? Ich sehe mich eigentlich auch in der lieben Position. Wichtig ist doch, dass man im entscheidenden Moment glaubhaft, menschlich und ehrlich ist. Dass man in entscheidenden Momenten richtig handelt. Die CDU hat bei der letzten Bürgermeisterwahl auch einen bürgerlichen Kandidaten ins Rennen geschickt. Sein Slogan war, weil ich es kann. Er konnte es aber nicht, weil wir Peter Nebelow noch hatten und noch haben. Liebe Genossinnen und Genossen, warum sollen wir den erfolgreichen Weg verlassen, den Weg eines bürgernahen Kandidatens, zu dem ich mich absolut zähle? Ich, Stefan Schmeink, biete euch an, unseren Wahlkampf als Bürgermeisterkandidaten zu führen. Seit nunmehr 56 Jahren lebe und liebe ich Bocholt. Ich bin seit vielen Jahren in der Politik aktiv, geprägt auch von Günter Spangberg, der mich seinerzeit in die SPD geholt hat. Ich spreche die Sprache der Bocholter und ich kann dann und was. Wobei mir bewusst ist, dass dann und was nicht die Aufgaben eines Bürgermeisters ausführen. Ich bin offen und spreche mit jedermann. Horcht doch mal auf der Straße oder lest in den sozialen Medien, was die meisten Menschen bedrückt. Dann werdet ihr feststellen, wenn sie mit euch sprechen, dass es Renten sind, Migration, was die Sorgen bereitet. Themen, wo wir in der Kommune doch eigentlich keinen oder wenig Einfluss drauf haben. Und das werde ich auf meine Art und Weise mit den Bürgern in jedem Bereich besprechen und natürlich mit eurer Unterstützung. Mir ist jeder wichtig, der ein ernst gemeintes Anliegen hat. Jeder. Ich werde die offenen Bürgersprechstunden wieder einführen, aber wer mich kennt, der weiß, dass ich auch außerhalb der offenen Bürgerstunden ein offenes Ohr immer habe. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, ich werde nie versprechen, was ich nicht halten kann. Einen Bürgermeister, der es allen recht macht, gibt es nicht und wird es nie geben. Aber nochmals, Glaubhaftigkeit, Menschlichkeit, das gebe ich nicht nur, sondern das lebe ich auch. Selbstverständlich traue ich mir auch die Leitung der Verwaltung zu. Kein Bürgermeister, auch mit den besten Qualifikationen, kann das alleine. In einem starken Team, und das ist der absolute Großteil der Verwaltung, wird es gelingen. Gemeinsam. Warum es auch in einigen Fachbereichen hakt, liegt doch daran, dass bei der Vielzahl an Projekten, die wir in Bocholt machen, und das ist schön für Bocholt, die Fachbereiche teilweise unterbesetzt sind. Und leider scheint der Krankenstand, der Zöler ist ja hier im Haus, ich freue mich, dass Sie auch heute mal zu unserer SPD-Veranstaltung erscheinen, aber der Krankenstand scheint im Moment sehr hoch zu sein. Und da hat man wenig Einfluss drauf. Liebe Genossinnen und Genossen, von oben haben wir keine Hilfe zu erwarten. Mit oben meine ich jetzt nicht den lieben Gott, sondern die Situation unserer SPD in Berlin. Und lasst uns alles daran tun, dass wir die Situation nicht hier bekommen. Wenn ich unseren Start heute Abend sehe, dann sollten wir doch erstmal versuchen, gemeinsam zu werden. Unsere Bundestagsabgeordnete Ulla Schulte meinte, meine ich nicht damit, wer Ulla kennt, und das werden die meisten hier im Saal wissen, weiß, wie eine ehrliche Politikerin ist. Aber Ulla ist nicht nur ehrlich, nein, sie ist Mensch. Und so wie Ulla mit Menschen redet, so möchte ich uns alle im Wahlkampf erleben. Deshalb auch mein Appell an alle, die für den Stadtrat kandidieren, ihr sollt alles geben. Bochel hat so viele tolle, schöne Seiten, wie vieles im Leben wird nur das Negative gesehen. Wir werden gemeinsam mit unseren Bürgerinnen und Bürgern über unsere Sorgen sprechen. So, liebe Genossinnen und Genossen, ich mache jetzt schnell. Lasst uns gemeinsam unser Wahlprogramm erstellen, ausführlich, aber in den Kernaussagen kurz und für jedermann verständlich. Lasst uns rausgehen, vor allem zu den Leuten, die mitgenommen und ernst genommen werden wollen. Lasst uns erreichen, dass die Leute sagen, wow, die von der Bochelter SPD, die sind gut. Lasst uns Genossinnen und Genossinnen zurückkommen, die uns wegen der Bundespolitik machen, so wie 2.4, 2.9 und 2.15. Einer für alle, alle für einen. Lasst uns machen, lasst uns es machen. Ich werde ich bleiben, der Stefan Schmeink, wie man ihn kennt, in seiner Art und Weise und nicht verbiegbar. So, das war es mit meiner Ausführung. Ich gebe zu, dass ich doch ein bisschen nervös war. Bin eben auch nur ein ganz normaler Mensch. Die Entscheidung, wer Bürgermeisterkandidat wird, liegt bei euch. Bitte horcht in den nächsten Zeiten rum, wie die einzelnen Kandidaten auch gesehen werden. Ich will es machen, weil ich absolut, aber auch wirklich absolut der exakte Gegenpart zu einem Kandidaten bin, der aus Gäschern nach Bocholt will. Weil ich Bocholter bin und Bocholt liebe und Bocholt lebe. Weil ich es mit euch kann, weil ich Bock auf einen Wahlkampf habe. Unser Hauptflogen der letzten Kommunalwahl muss nur um ein Wort verändert werden. Stefan werden. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.